Willkommen bei Zur Vorschau. Im heutigen Video sehen wir uns die besten Kakaopulver-Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Langlebigkeit und mehr aufzulisten. Wenn du den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchtest, kannst du die Links in der Beschreibung anklicken. Legen wir jetzt also am besten gleich mit der Liste los. Angefangen auf Platz Nummer 5 haben wir der Coa Wach Pur Kakaopulver. Beschreibung in Absatzform. Coa Wach Pure Cocoa Powder Drinking Chocolate ist die Kaffee-Alternative für alle, die Schokolade lieben. Das feine Kakaopulver kombiniert belebendes Koffein aus Guarana mit einem natürlichen Energielieferanten und bietet puren Genuss ohne Zuckerzusatz. Coa Wach Pur ist die perfekte Wahl für alle, die puren Genuss schätzen. Lila Rot, Weiß und Grün sind die Farben der Natur und die wichtigsten Inhaltsstoffe von Coa Wach. Das Lila Rot stammt aus Bio-Kakaobohnen aus Ecuador oder Peru, das Weiß aus Bio-Rohrzucker und das Grün aus die Guarana-Pflanze. Die Zusammensetzung der drei Farben ist nicht nur einzigartig und schön, sondern auch bedeutsam. Sie steht für die Symbiose von Natur und unseren hochwertigen Bio-Zutaten. Unsere Produkte sind GMO-frei, glutenfrei und laktosefrei, denn wir wissen, dass das, was gut für sie ist, auch gut schmecken soll. Nummer 4 ist der GEPA Feine Bio-Trinkschokolade. Produktbeschreibung in Absatzform. Die GEPA Trinkschokolade ist ein köstlich-schokoladiges Kakao-Getränk mit 32% Kakao-Anteil, das in heißer oder kalter Milch genossen werden kann. Sie ist aufgrund der hochwertigen Zutaten sehr gehaltvoll und leicht enthüllt. Die GEPA Trinkschokolade wird aus 100% Bio-Kakaobohnen hergestellt und enthält keine künstlichen Aromen, Emulgatoren oder Farbstoffe. Der köstliche Geschmack der GEPA Trinkschokolade wird Ihren Gaumen erfreuen. Klicken Sie jetzt auf in den W.A.R.E.N.K.O.R.B. und gönnen Sie sich die beste Trinkschokolade, die es derzeit auf dem Markt gibt. Die GEPA Trinkschokolade wird aus 100% Bio-Kakaobohnen hergestellt und enthält keine künstlichen Aromen, Emulgatoren oder Farbstoffe. Mit einem reichen Schokoladengeschmack und 32% Kakao-Anteil kann dieses köstliche Getränk in heißer oder kalter Milch genossen werden. Auf Platz Nummer 3 haben wir der Bio-Kakaopulver 500 Gramm. Kakaopulver, eine unverzichtbare Zutat in jeder Küche. Unser Bio-Kakaopulver aus Ghana ist fein gemahlen und besteht aus 100% reinen Kakaobohnen. Ob als Backzutat, im Müsli oder als Heißgetränk das Bio-Kakaopulver verfeinert jede Süßspeise. Durch den geringen Fettgehalt lässt sich unser Naturkakao leicht in Wasser oder Milch auflösen. Produktbeschreibung Kakaopulver, eine unverzichtbare Zutat in jeder Küche. Unser Bio-Kakaopulver aus Ghana ist fein gemahlen und besteht aus 100% reinem Kakaobohnen. Ob als Backzutat, im Müsli oder als Heißgetränk das Bio-Kakaopulver verfeinert jede Süßspeise. Durch den geringen Fettgehalt lässt sich unser Naturkakao leicht in Wasser oder Milch auflösen. Kakaopulver ist ein Muss für jede Küche und unser Bio-Kakaopulver aus Ghana ist die perfekte Zutat. Nummer 2 ist der Xucca. Sie suchen nach einer köstlichen, cremigen Art, Trinkschokolade zu genießen? Dann sind Sie bei Xucca Trinkschokoladenpulver genau richtig. Dieses Pulver ist vegan und wird nur aus den besten Zutaten hergestellt. Es eignet sich perfekt zum Einrühren in eine Tasse mit kalter oder heißer Milch. Einfach etwas Pulver in eine Tasse geben, mit etwas Milch verrühren und mit kalter oder heißer Milch auffüllen, so einfach ist das. Genießen Sie ein köstliches Schokoladengetränk ohne jeglichen Zuckerzusatz. Wenn Sie Schokolade lieben, dann ist das Xucca Trinkschokoladenpulver die perfekte Wahl für Sie. Dieses Pulver wird nur aus den besten Zutaten hergestellt, ist vegan und eignet sich perfekt zum Einrühren in eine Tasse mit kalter und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Chaotina Original, Cocoa. Schweizer Premium Kakaopulver mit echter Schweizer Schokolade. Die perfekte Kombination von feinstem Kakao und echter Schweizer Schokolade. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis für besondere Genussmomente. Aroma, Geschmack, Farbe und Konsistenz sind wichtige Faktoren für den Genuss einer Tasse heißen Kakaos oder eines Glases kalter Milch. Deshalb verwenden wir nur hochwertige Zutaten, damit Chaotina immer köstlich, vollmundig und geschmeidig am Gaumen ist. Erhältlich in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen. Original, Blended, Noir, Bla und Green. Chaotina das Schweizer Premium Kakaopulver für jeden Moment des Genusses. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Hergestellt in der Schweiz. Chaotina die perfekte Kombination aus feinstem Kakao und echter Schweizer Kakaopulver. Wie immer findest du alle Links zu diesen Produkten in der Beschreibung unten. Danke fürs Ansehen und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, gib ihnen doch ein Like und teile es. Und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr coole Videos wie dieses.